Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat seine Kritik an der Verleihung des Adorno-Preises an die amerikanische Philosophin Judith Butler heute erneuert. Eine bekennende Israel-Hasserin, die sich, Zitat, mit den Todfeinden des israelischen Staates verbündet habe, so lautet die Kritik, werde da nächsten Dienstag mit dem Theodor-Adorno-Preis in der Frankfurter Paulskirche geehrt. Micha Brumlick, den Frankfurter Erziehungswissenschaftler und Publizisten, habe ich zuerst gefragt, Ist Judith Butler eine würdige Preisträgerin? Sie ist, was das Werk, das systematische Werk von Theodor W. Adorno betrifft, auf jeden Fall eine würdige Preisträgerin. Freilich hat sie sich vor einigen Jahren politisch unklug geäußert. Das hat sie längst und mehrfach dementiert und sich von diesen Äußerungen distanziert. Zumal in Deutschland ist man ja sehr sensibel, was die Kritik an der israelischen Nahostpolitik angeht, aus gutem Grund. Nun zieht ja, wer die palästinensische, anti-israelische Boykottbewegung, so wie Judith Butler unterstützt, ja nicht gerade Sympathien auf sich. Wundern muss einen die Kritik also nicht? Wundern muss einen die Kritik nicht. Butler hat ja präzisiert, inwiefern sie diese Boykottbewegung unterstützt. Sie ist dagegen, in Firmen zu investieren, die schweres Gerät herstellen, die palästinensische Siedlungen zerstören. Und sie ist nicht bereit, mit israelischen Organisationen zu sprechen, die sich nicht eindeutig gegen die Besetzung und Besiedlung des Westjordanlandes aussprechen. Und dann wird natürlich der Kreis derer, mit dem man überhaupt noch reden kann, sehr klein. Professor Brumlick, Sie haben Anfang der Woche eine Petition, eine Internetunterstützungserklärung mit unterschrieben, die die Preisverleihung für in Ordnung hält. Sie haben über zwei Jahrzehnte oder mehr noch an der Frankfurter Goethe-Universität selber als Professor für Erziehungswissenschaft gelehrt. Ihnen ist Klima und Person der Preisverleihung vertraut. Sie haben sich als Antisemitismusforscher einen Namen gemacht, waren Direktor des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts zur Erforschung von Geschichte und Wirkung des Holocaust. Ist wer als jüdisch-amerikanisch-lesbisch-linke Friedensaktivist in Israel kritisiert von jüdischem Selbsthass befallen? Das kann ich überhaupt nicht sehen. Ich würde eher umgekehrt pointieren, dass Frau Butler das, was sie für die jüdische Ethik hält, ausgesprochen liebt und von dieser vielleicht ein bisschen zu großartigen Haltung, nennen wir es mal prophetischer Kritik aus, die israelische Politik kritisiert. Kritik an der Preisverleihung ist legitim, wie auch die Kritik an Israel. Ist dieser Vorwurf des jüdischen Selbsthasses, der ja gemacht wurde von Stefan Kramer und anderen, nicht selber, und damit komme ich zum Glutkern unseres Gesprächs, ein Stückchen Antisemitismus? Nein, also das kann ich nun überhaupt nicht finden. Ich sehe darin eher den Reflex auf eine Lage, die zumal im Nahen und Mittleren Osten immer unübersichtlicher wird. Es ist ja klar, die Juden, wir Juden Europas mussten im Holocaust einen schrecklichen Blutzoll von sechs Millionen zahlen. Inzwischen ist es so, dass das klerikal-faschistische Regime im Iran Israel mit der Vernichtung droht. Und aus einer solchen Bedrohungssituation heraus kann ich durchaus verstehen, dass man sehr gereizt gegen alle Formen der Kritik reagiert. Heute erneuert der Generalsekretär des Zentralseiten der Juden in Deutschland, Stefan Kramer, seine Vorwürfe in der Frankfurter Rundschau mit einem doppelseitigen Beitrag. Er spricht von Komplizenschaft Butlers mit der Boykottbewegung. Er hält das für ein systemisches Versagen auch des Kuratoriums. Es sei eine deutsche Vorliebe, Juden auszuzeichnen, die für einseitige Israelkritik stehen. Soll da, um jetzt mal mit der Sprache Butlers zu sprechen, eine Person denunziert und delegitimiert werden? Ich glaube weniger, dass es um die Person geht, sondern dass diese Position eines beanspruchten jüdischen Universalismus, die sich in der Tat gegen die fatale Besatzungs- und Besiedlungspolitik wendet, dass die in der Öffentlichkeit keinen Raum gewinnen soll. Anders kann ich auch gar nicht die öffentlichen Interventionen des israelischen Botschafters gegen die Preisverleihung und sein im Internet publiziertes Schreiben an den Frankfurter Oberbürgermeister verstehen. Ich habe erwähnt, dass Sie mit der Stadt Frankfurt auf vielfältige Weise verbunden sind. Sie haben die Preisverleihung und wie auch andere miterlebt, auch in der Paulskirche. Was glauben Sie, was da am Dienstag passieren wird? Ich fürchte, es wird enorm peinlich werden. Nach allem, was man hört, ist die Paulskirche bis jetzt im Unterschied zu vergangenen Zeiten nur bis zur Hälfte ausgelastet. Der Frankfurter Oberbürgermeister hat spät diplomatisch verkünden lassen, dass er angeblich ohnehin nicht kann, weil er auf Reisen sein muss. Ich bin also gespannt, wer Frau Battler diesen Preis verleihen wird. Das sagt der erziehungswissenschaftler und Publizist Micha Brumlick, der sich übrigens vier Tage nach der Preisverleihung mit Julius Battler im Jüdischen Museum über Zionismus und Judentum in Berlin trifft und dort debattieren wird.